Niko Space Bombs ist aus der Future World Serie hat ein Gewicht von ca. 43 Gramm sind halt nur so... aber sind halt größer Knallerbsen aber ist halt nur testlich, weil die aus der Future World Serie sind deswegen halt da haben wir schon wieder welche ja eigentlich nicht den wieder umschauen der auch nicht so da war noch etwas so ich hab jetzt keine los alle zu machen na was das aber schon alles klar das ist das ist